Musik Musik Ich liebe Künstlerinnen und Künstler. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Zeit für sie ist. Ich weiß, was wir alles vermissen und wie viele Bürgerinnen und Bürger darauf warten, endlich wieder live ihre kulturellen Angebote erleben zu können. Musik 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 Ganz besonders offen sind die vielen Künstlerinnen und Künstler, ganz besonders hier wieder für Freischaffingen. Vergessen Sie die Kultur nicht. 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 Ausstelle der Bundeskanzlerin.de-mail.de 34 Millionen Menschen. Und sie wird die Kultur nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Was für eine Freude wird dann sein. Was für eine Gärze wird dann sein. Wir würden die Clubs ein Gärze. Wir würden die Clubs ein Gärze. Wir würden die Clubs ein Gärze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.